Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wie geht Walla. Ich heiße Kevin Berniak und erzähle euch gleich mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wie geht Walla. Wir haben die perfekte Jahreszeit wie man sieht zum Wals Fischen. Dennoch haben wir uns entschieden diesen Kanal zu eröffnen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, um im Frühjahr richtig zu starten. Kurz zu meiner Person. Ich bin Kevin Berniak und bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Kärnten. Man wird es im Dialekt schon merken. Ich werde mich deswegen aber nicht verstellen. Ich werde das ganze trotzdem verständlich rüberbringen natürlich. Ich tue seit ca. 10 Jahren angeln. Ich habe mit den Karpfenangeln begonnen. Der eine oder andere wird es dann kennen, wenn man auf Beulie am Walla hockt. So ist es mir auch passiert. Und damals beim Anhieb habe ich mir gedacht, boah, das fühlt sich nach mächtig Ärger an. Und so wurde ich durch das Virus Walla immer mehr infiziert und angesteckt. Zu meinen Hausgewässern soll ich, wie es im Hintergrund zu sehen ist, die Trau, dass ich jeden Tag dem Angler neue Herausforderungen stelle, durch Schiffsfahrt etc. Aber auch ein größeres Sehen, wie der Wörthersee oder der Osirhasee soll ich zu meinen Hausgewässern. Was stelle ich mir, der diesen Kanal jetzt vor. Ich würde Step-by-Step anfangen vom Anfänger ohne Boot bis hin zum richtigen Abspannen, an Bäumen anbinden, Steinmontagen, Bojenmontagen, alles was das Wallsfischen betrifft. Euch näher bringen, erklären, dem einen oder anderen eventuell auch zum Wallsfischen animieren oder auch zum BB behelflich sein. Ich bin offen für Wünsche, Fragen, Anregungen. Ich hoffe, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ich kann euch immer positiven Content liefern und ich hoffe, dass es euch gefällt, was ich mache und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!